Grüß euch! Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns entschlossen, dieses Video zu machen, um allen Mitgliedern des medizinischen Personals, der Pflegekräfte, der Rettungskräfte und der Polizei zu danken. Zu danken für den Rieseneinsatz, den ihr täglich zur Bewältigung dieser Pandemie leistet. Recht herzlich, Frau Gelsgott! Deshalb spenden wir diesen Personen bis zur Aufhebung des Katastrophenfalls hier in Bayern bei uns hier im Hauptgeschäft in Lugburg und einer unserer Filiale um an den Eichenbühlen für Eicher Brotzeit. Wir sind nicht die Ersten, die sich zu diesem Schritt entschließen und hoffentlich auch nicht die Letzten. Wir gehören zu den wenigen Branchen in dieser Zeit, die ihren Betrieb aufrechterhalten dürfen und können. An dieser Stelle möchte ich unserem ganzen Personal, unserer Belegschaft ein sakrisches Danke sagen. Ihr seid echt spitze. Das letzte Danke möchte ich heute an unser Bayerisches Kabinett richten für das tolle Krisenmanagement. Ihr kriegt natürlich auch Brotzeit, wenn es vorbeikommt. Also, für Gott, bleibt gesund und heilt es zusammen. Für euch!